Sie und euch, mit diesen komischen Gestalten, die hier vor uns rumlaufen... Bah! Bah! Guck mal, der kommt dir hier sehr ähnlich. Ich finde, der hier so. Von der Körpermasse her. Okay, nicht witzig. Ist noch da? Hallo? Ignorierst du mich jetzt gerade? Ha ha! Ha ha! Gut, Freunde, ich würde sagen, ja, jetzt haut er mich natürlich zu Tode. Das war ja eigentlich nicht anders zu erwarten. Wir machen ein bisschen Versicherungsbetrug. Na, ah! Unsere Lieblingsdisziplin. Warum ist das denn da rot? Warte, es ist rot. Dein Intimbereich? Ha ha ha! Der ist Feuer. Oh, Mann. Ich sag doch mal nix zu. Jetzt kletter ich hier erstmal über den Zaun, oder? Jetzt kletter ich mal erstmal über den Zaun, oder? Ja, 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 ja. Ja, aber da war du. Ja, aber da war du. Kelvin hat gerade bei seiner Mut, die Essen bestellt. Da muss man sich mir echt vorstellen. Und wir fliegen wieder. Oh, ich hab direkt den richtigen Flow, Baby. Bums. Komm jetzt direkt zu Beginn, hier mal so zwei Millionen. Ha ha ha. Jo, scheiße war ne Mama. 100.000, ne 35.000 Scheiße. Nein, 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 ich lieg nicht liegen bleiben. Warum do I do this? Bams. Oh, das war jetzt nicht so gut. Man, ich komme nicht in Fahrt. Jo, jetzt komme ich aber in Fahrt. Oh, nein, 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 nein für die Röder aber auch und zwölf Punkte das Jahr Lager Walla 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 ja war ja war es nicht gelernt oder was Julio 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 nein gewollt jetzt will ich im Schwung Korn Obo war er in der Nähe Julio das war schön hier nackt auch Mann ich komme nicht in Flo Füßchen Floh nicht mehr um mich nicht er ist der Hospital die Davor jetzt bin ich im Floh St die Möhrer Möhrer teil bietet die richtige grobe boa Ioğur und jetzt nicht nüchelt Loll 죄in dahin wurden aber ich kriege haben mich die Luft hier auch Offelkopter das hat ganz gut gepasst aus Gründen auch vom Schildkreis ja wohl 400.000 wir haben es gleich geschafft wenn ich hier bin jawohl die in der Welt auch gut und er hat wohl war es war es um die waren gehen nur b ich will nur er auch daran gehen obi ob wir gehen jetzt Oh, vor dem Polizeiauto. Ohohohoho, bin ich fies. Wann kommt eigentlich GTA 5? Muss die Hersteller fragen. Wieso, ich hab's durchgespielt inzwischen. Ja, auf dem Computer? Nein. Haha, siehst du? Wieso kostet ihr keine Elgato? Bin ich bescheuert? Ich weiß gar nicht, wie viel die kostet, ich glaube, 80 Euro oder so. die Achtung ist jetzt noch schnell an die Sion in meinem Miniatur Eisenbahn erstens ist es ein ganz anderer Bezahlpott zweitens bin ich da nicht alleine drittens ist es so, dass das damit überhaupt nichts zu tun hat außerdem ist es keine Million gewesen noch nicht irgendwann wird ne naa ne LUL äh ich häng fest was wir anpacken ne doch nicht so wird es jetzt gewesen sein aber es geht noch weiter na gut ich habe Zeit immer wieder ein Auto kommt jawohl doch schade sehr gut das sind die geilsten bisher die geilsten wie gibt es denn wir brauchen nur 1,5 wir haben 2,8 ja wenn schon denn schon das Schlimme ist wir können mit dem ganzen Geld nichts mehr anfangen nicht wirklich ne ich glaube ich habe noch ein Update was ich kaufen kann was? ach ja könnten wir mal nachgucken kann man mal machen jetzt kann man mal machen war auftreten Kräfte 1 tatsächlich Supersprung Upgrade 2 uh Schaden Feuer ach so habe ich schon ok was? Sprungweite Bandfähigkeit Bestehe Herausforderungen ja das ist ja das was wir jetzt gerade machen im Prinzip und gleiten Distanz aha gleiten 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 Glitch die habe ich wirklich überall alles oh ne hier noch nicht da entstehen da neue Telekinese auch fangen mehr Kraft bestehe Herausforderungen diese Upgrade Fall zu schalten ich guck mal was es noch für Herausforderungen gibt Aufträge und dann Herausforderungen ok weil da ist keine Schäden durch Feuer was haben wir denn hier noch nicht da Meistere die Simulationen noch mehr um dich günstiger mit High End Fahrzeugen zu vergnügen was? ach so Silbermedaillen beim Chaoslauf haben wir alle Goldmedaillen beim Chaoslauf fehlen noch ok wir müssen jetzt im Prinzip wirklich überall Gold schaffen ich hatte tatsächlich hier noch was Gesundheit für unsere Bande erledige 100 Sinn mit dem Tod von oben wie viele Aliens kannst du erwischen wir müssen hier noch alter super Sprint Distanz manchmal braucht man einfach die persönliche Note verpasst die persönliche Note doch mal die Aliens fange die von einem Wächter geworfenen Objekte mit einer unglaublichen Geisteskraft oh ok wir haben 37 von 45 Aufträgen abgeschlossen Aufträgen? Loyalitätsmissionen haben wir 5 von 7 abgeschlossene Aufgaben oder was? hä wo guckst du das? hm unter Statistiken ach unter Statistiken ja guck mal bei den Aufgaben die meine Aufgaben und dann unter Herausforderungen da sind alle Sachen die wir noch machen müssen das ist nur ganz wenig Herausforderungen oder was? ja ganz wenig wenn du mal gut sagst verdiene dir alle Silbermedaillen beim Chaoslauf um immun gegen Feuer zu werden hör mal ja also wir kriegen da noch einige Belohnungen wenn man das so da unten sieht verdiene dir alle Goldmedaillen beim Chaoslauf um die Flammenwaffen Skins freizuschalten ach du scheiße ja wenn man das hier so sieht ach du scheiße wie viele Bonusteile sollen es denn wieder werden? lege 45.720 Meter in einem Alienfahrzeug zurück also guck mal hier kannst du das gesamte Spiel im Spiel schlagen das ist das Spiel im Spiel im was? ach hier haben wir schon geschafft verbringe Zeit mit Begleitern die du rekrutiert hast das Infragestellen ihres Kleidungsstil ist optional 73 Minuten wir brauchen 120 sehr gut sehr gut sehr gut dann machen wir mal auf ach du scheiße nichts ist besser als ein schickes Alien-Gefährt um durchs virtuelle Steelport zu brausen 42.369 haben wir 45.720 haben wir oh den machen wir oh setze deine neuen Alien-Freunde den Besonderheiten der menschlich-kulturellen Ausdruckskraft aus 0 von 50 ja es kommen glaube ich noch so 2-3 Sachen wenn wir das wirklich alles machen müssen die müssen wir alle einzeln abarbeiten ich hab das Gefühl es werden mehr Bonusteile als beim letzten Mal ja das glaube ich auch naja gut oh guck mal hier reise zu interessanten Orten trifft dich mit neuen Völkern und bring sie um wo liest du das alles tausend von tausend achso oh wei oh wei oh wei ja gut das müssen wir dann alles einzeln abarbeiten wir haben echt so oft hier schon Silber aber halt kein Gold es ist so eklig schließe 27 Herausforderungen ab ach du scheiße 23 von 63 erledigt da muss man echt da reingucken und gucken was man dann damit macht ja ja wenn das wirklich die 100 Prozent sind was ich davon nicht fast ausgehe ja sicher sind das die 100 Prozent ja wie kommen wir eigentlich Telefon was denn was denn ähm what are you searching ja Moment äh wieso krieg ich dir hier kein Bild das ist ja jetzt wo du bist was denn bist du denn ja ich starte jetzt eine Mission ja nein 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 die Frage ist nicht was du machst die Frage ist wo du bist ich weiß gar nicht wo du bist ich glaube über 2000 Meter weg oder so Moment das auch mal gleich ja so von mir entspannen uns ein bisschen was man wollte gerade von aufgabe machen äh sag ich lieber nicht äh wenn du jetzt wieder Genki machst ne nein Genki nicht deine zweite Lieblingsmission ach gut dann würde ich sagen dass ich zwischendurch eine Seitstange ha das ist wieder ein Profi im Let's Play okay ja wenn du ja den ganzen Weg unbedingt fliegen musst ja mhm Schmatzbergerhausen tu doch nicht so und machst du doch selber nicht während des Let's Plays hab ich noch nie nein hab ich noch nie gemacht irgendwann ist mal das erste Mal ha 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 ganz lange warten wo bist du bis hinterm Flughafen nein ich stehe doch jetzt genau unter dir wo fliehst du denn hin du bist am Flughafen ich stehe genau unter dir da unten bist du weißt du du bist ein Wichser bist du ja schießt nie auf mich der hat damit angefangen du wo bist du bist du rausgefallen nein danke Drecksacker danke so viel zum Thema nett zu seinem Partner zu sein für ein Partner naja genau so denkst du und das ist das Traurige an der Sache du lachst immer ich bin froh mein Ernst Scheiße Scheiße okay kann man vergessen fuck fuck nein nicht aufhören zu laufen blöde Tastatur das die richtige Betonung ist das die richtige Betonung ist hoppala hoppala jetzt häng ich wieder hier Druna äh wohin dahin m warum dauert das immer so lange bis der wieder in die Gänge kommt sollte es tatsächlich passieren was denn ist ja schade weil es ist fast geschafft scheiße hätte ich jetzt eigentlich gerade richtig loben wollen aber ja ja als wenn du sowas kannst guck dir das an zwei Sekunden weil diesmal bin ich tatsächlich falsch gelaufen das guck ich mir extra in die Gange weißt du der ist noch nicht einmal bei irgendeinem Ding richtig gelaufen ja sicher nie und jetzt wo er es einmal richtig macht einmal ich kann mir ja die Videos angucken kannst du kannst ja mal zählen ich bin nicht hier und bin ich falsch ach die riesen lang einschaltspieler 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 einspieltrailer Lauf man ne 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 so ist es wieder der richtige auf der ersten Position naja Bademeister ich brauch so ein Bademeister mein Traumberuf war naja ich hab meinen Traumberuf schon ey und schon wieder an der gleichen Stelle Mann mein Gott muss man denn hier über den ganzen Flughafen ey ja muss man warum ey und ihr bleibt schon wieder stehen nein Handy ich kann jetzt nicht bin grad beschäftigt komm schon komm schon jawoll die 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 bis dahin und wenn er über 18 alt die 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 die